Hallo zusammen, das hier ist ein kleiner Nachtrag zu dem Wenn-Hass-Schreibt-Video. Einfach weil ich da einen kleinen Nachtrag halten möchte, weil ich einen gewissen Diskurs gehabt habe die letzten paar Tage. Kein intelligenter Diskurs, aber auf jeden Fall irgendeine Form von Diskurs. Das Beispiel, das auf YouTube passiert ist, ging ungefähr so. Harry Potter Fan 69 kommt in die Kommentare geschlittert mit einem Und sobald ich frage, was genau sein verficktes Problem ist, kackt er mir eine lange Reihe von vollkommen unzusammenhängendem Blödsinn hin. Und nachdem ich ihm jeden kleinsten Shit, den er gefragt habe, beantwortet hat, kriege ich von ihm einen Okay-Boomer. Also nicht der beste Diskurs, den ich je hatte, aber es ist auf jeden Fall irgendetwas, das passiert ist. Um das Intelligenz-Devil hier einmal kurz zu beleuchten. Ich habe als ein Dokumentar geschrieben, wusstest du, dass die Orks in Bright Schwarz-Amerikaner darstellen sollen und habe dann erklärt, wie genau Coding funktioniert. Aufgrund von der Art, wie die Orks in Bright dargestellt werden, wie sie sich verhalten, wie sie sich kleiden und so weiter und so fort, ihr Platz in der Story, das ganze Zeug. Dadurch werden die Orks im Kontext der Story ein Stand-In für schwarze Gang-Member. Und ich habe hier auch explizit darauf hingewiesen, es geht nicht um alle Orks, es geht nur um die Orks in Bright. Und die Antwort, die ich bekommen habe, ist, du willst mir sagen, dass die Orks aus Heer der Ringe Schwarz sind? Also, ja, nicht super intelligenter Diskurs, ich glaube, der Kollege war irgendwie zwölf oder so. Und hat mir dann noch einen Strike auf Twitter verpasst, weil ich ihm gesagt habe, dass Beleidigungen und zwei Antworten nicht wirklich intellektuell stimulierend sind. Es war ein interessantes Wochenende. Das heißt übrigens, kein Hitpiece auf die Person sein, falls ihr rausfindet, wie die heißt, lasst die bitte in Ruhe. Ist halt ein guter Grund, warum ich den Namen ausgeblendet habe. Einfach, weil die Person selber nicht relevant ist, es geht mir um die Argumente, die gemacht wurden. Oder um das Mindset hinter diesen Argumenten, besser gesagt. Also, weiter im Video. Ich glaube, HP Lovecraft als Beispiel zu nehmen, war nicht die beste Idee. Nicht, weil er kein gutes Beispiel ist, sondern weil er, verbunden mit Rowling, im Zusammenhang mit dem neuen Game für Verwirrung sorgen könnte. Was ich sagen wollte, war, dass HP Lovecraft ein Rassist war und dass er darum Minderheiten in seinen Werken, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich, sehr negativ dargestellt hat. Was ich über Rowling sagen wollte, ist, dass sie transphob ist und dass sie darum, eine Neigung zu haben scheint, Frauen, die in negative Rollen gecastet wurden, als sehr männlich darzustellen. Das heißt, ob bewusst oder unbewusst, sie zeigt ihre Transphobia in der Form, wie sie wappier Charaktere beschreibt. Was ich nicht sagen wollte, war, dass irgendjemand bei dem neuen Game, was produziert wird, aktiv antisemitisch ist. Der Antisemitismus im neuen Game und allgemein mit den Goblins in Harry Potter ist ein bisschen komplizierter. Wenn wir uns einmal Rowling und das Entwicklerteam vom neuen Game angucken, dann kann ich gewisse Parallelen erkennen. Weil auch wenn ich nicht sagen würde, dass Rowling notwendigerweise unintelligent ist, sieht es für mich trotzdem so aus, als ob sie sozial sehr unbedacht wäre. Und in einer ähnlichen Weise wissen wir, dass es im Entwicklerteam gewisse Mitglieder gab, die eine leichte Rechtsneigung haben. Und auch wenn wir nicht wissen, wie sehr diese Individuen die Story beeinflusst haben, dann zeigt sich trotzdem in den Gesprächen, die ich allgemein mit Fans hatte und in dem, was ich online gelesen habe, dass viele Leute sehr unkritisch sind, wenn es an Fantasy und im Besonderen an Harry Potter herangeht. Okay, sprechen wir zuerst einmal über J.K. Rowling. Rowling hat sich mehrfach in die Nesseln gesetzt, wenn es um Kulturen geht, die nicht ihre eigenen sind. Beispielsweise hat sie im Grunde auf die Skinwalker der amerikanischen Ureinwohner vom Nabaho treibt, wenn ich mich nicht irre, geschissen, weil sie gesagt hat, nee, euer Teil der echten Mythologie ist Blödsinn, meine ausgedachten Zauberer sind echt. Und genauso hat sie bei der japanischen Zauberschule einfach zwei Wörter aneinander getackert und falsch betont und die Grammatik vollkommen abgefuckt. In beiden Fällen liegt es daran, dass sie es nicht für notwendig zu halten scheint, andere Leute zu fragen, ob sie etwas falsch machen könnte. Diese Frau ist eine Milliardärin, aber hält es nicht für nötig, einen Sensitivity-Widerber zu kontaktieren. Und das liegt meiner Meinung nach daran, wie sie Rassismus sieht und wie sie es in Harry Potter darstellt. Erinnert ihr euch noch an den Teil aus dem zweiten Buch, wenn Malfoy Hermine ein Schlammblut nennt und dann Ron anfängt Schnecken zu kotzen, weil sein Zauberstab kaputt ist? Genau, danach gehen sie in Hagrids Hütte und haben dann folgendes Gespräch, in dem erklärt wird, was an Schlammblut so böse ist. Schlammblut ist ein wirklich schlimmes Schimpfwort für jemanden, der aus einer Muggelfamilie stammt. Es gibt ein paar Zauberer wie Malfoys Familie, die glauben, sie wären besser als alle anderen, weil sie das sind, was die Leute reinblütig nennen. Wir Anglein wissen ja, dass es überhaupt keinen Unterschied macht. Seht euch Neville Longbottom an. Er ist reinblütig und kann kaum ein Kessel richtig herum aufstellen. Und einen Zauber, den unsere Hermine nicht schafft, müssen sie erst noch erfinden. Wenn ich das lese, wie es geschrieben wurde, klingt es für mich so, als ob Rowling nicht versteht, wie Rassismus funktioniert. Rassismus ist nicht logisch und rational, sondern ein irrationaler Hass auf eine gewisse Gruppe. Meistens in Verbindung mit einer Hierarchie. In diesem Fall gibt es eine In-Gruppe, reinblütige Magier, und eine Out-Gruppe, die Muggel. Jeder Zauberer, der zur In-Gruppe gehört, ist automatisch mehr wert als irgendein Mitglied der Out-Gruppe. Und Hermine, als Muggel geborene Hexe, ist automatisch Teil der Out-Gruppe. Sie ist ein Schlammblut, egal was sie macht. Hermine kann die Toten wiedererwecken und die mächtigste Hexe werden, die es jemals gegeben hat. In den Augen dieses rassistischen Weltbildes ist und bleibt sie minderwertig. Eben aufgrund der Umstände ihrer Geburt. Und dass Rowling versucht, Rassismus und diese Form von Hass zu relativieren und zu erklären, ist meiner Meinung nach damit verbunden, dass sie selber hasserfüllt ist. Rowling sieht ihre eigene Transphobie nicht als Transphobie, sondern als einen logischen Schluss aus ihrem Weltbild. Und sie scheint mit diesem Rassismus und ihrer eigenen Transphobie und was auch immer für Beispiele wir nehmen wollen, nur dann ein Problem zu haben, wenn es unhöflich ist. Malfoy, der Hermine als Schlammblut bezeichnet, will ihr einfach nur wehtun, weil er ein Arschloch ist. Aber Rowling, die sagt, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind, ist nicht beleidigend in ihrem eigenen Kopf. Sie hat nur ein paar Fragen, die sie stellen möchte. Und sie hat Bedenken und sonstigen Blödsinn, mit denen sie sich selber erklärt, nein, ich bin nicht transphob, ich hasse niemanden. Das ist einfach nur ein ganz natürlicher Weg, die Welt zu sehen. Und sie relativiert ihren eigenen Hass, so wie sie Malfoys Hass in dieser Textzeile relativiert hat. Ich weiß, das war jetzt sehr langes Gelaber, aber das ist meiner Meinung nach die beste Erklärung, die ich dafür finden kann, dass Rowling so vollkommen unbedacht ist, wenn sie mit anderen Kulturen oder problematischen Themen zu tun hat. Ja, sie hat die Skinwalker komplett aus ihrem kulturellen Zusammenhang gerissen und als Muggelblödsinn bezeichnet. Und ja, was sie über die japanischen Zauberschulen und allgemein über nicht-europäische Zauberschulen gepostet und geschrieben hat, war vollkommen kulturell unsensibel. Aber sie hat keine bösen Absichten und darum kann sie nicht rassistisch sein. In ihrem eigenen Kopf. Das erklärt auch, warum im Harry Potter Setting die Versklavung von Hauselfen okay ist. Hauselfen werden nicht dazu gezwungen, Hauselfen wollen Sklaven sein. Das sagt uns Hagrid, das sagt uns Ron, das sagt uns jeder, der irgendwas mit Hauselfen zu tun hat. Und der einzige Fall von einem Hauselfen, der befreit werden wollte, ist Dobby. Und nicht, weil er nicht gerne für Menschen arbeitet, sondern weil der eine Meister, den er hatte, böse zu ihm war. Das heißt, Sklaverei ist nur dann schlecht, wenn der Meister böse ist. Aber alles in allem, die Sklaverei ist okay, weil die Sklaven glücklich sind. Aber auf dem anderen Ende ist es von Malfoy sehr, sehr böse, dass er Hermine ein Schlammblut genannt hat. Und darum ist die Form von Rassismus wirklich Rassismus und darum böse. Ich möchte hier nur am Rande eben erwähnen, dass Hermine den Bund für Elfenrechte ins Leben ruft und versucht, die Sklaverei zu beenden. Und dafür wird sie in vier Büchern durch den Kakao gezogen und lächerlich gemacht, weil sie eine übereifrige Aktivistin sein soll. Wir haben kein Beispiel von normalem Aktivismus in Harry Potter, also fällt das ein bisschen flach. Aber ich möchte dazu kurz erwähnen, dass Rowling darauf beharrt, dass Hermine dunkelhäutig ist, weil eine dunkelhäutige Schauspielerin für das Theaterstück gecastet wurde. Das heißt, Rowling macht sich hier über eine Person lustig, weil sie Sklaverei abschaffen will, wenn ihre eigenen Ahnen als Sklaven nach England gekommen sind. Ich wollte das nur am Rande erwähnen, weil das meiner Meinung nach sehr gut aufzeigt, wie wenig Rowling sich über die Konsequenzen von dem, was sie schreibt, bewusst ist. Weiter im Text. Und eben durch diese Faktoren, dieses ich kann nicht rassistisch sein, wenn ich es nicht versuche, dieses vollkommen fehlende Interesse an anderen Kulturen, die fehlende Reflexion von dem, was man schreibt und das fehlende Hinterfragen von eventuell problematischen Elementen in der Story, hatte dazu geführt, dass J.K. Rowling die antisemitischsten Goblins erschaffen hat, die ich jemals gesehen habe. Aber weil Rowling nicht hinterfragt, was sie schreibt, weil sie nicht versucht antisemitisch zu sein, so weit ich es ihr nachweisen kann, bleiben Goblins einfach ein Teil der Welt und niemand kann was daran machen. Und das Entwicklerstudio dürfte gleichmäßig unkritisch gewesen sein und sich gedacht haben, ey, Goblins existieren im Setting, Goblins sind der Feind in jedem Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe, Goblins sind unser Bösewicht, Rumsbums, Aus die Maus, früher Feierabend. Was für Implikationen dahinter stehen und dass man im Grunde ein Faschist ist, der unterdrückte Mitglieder der Gesellschaft weiter in den Gulli drückt dadurch, wurde nicht gesehen, weil man nicht hinterfragt. Worauf ich hinaus will ist, wenn ihr eine Story schreibt, überlegt euch bitte, was ihr schreibt und welche Implikationen das haben könnte, weil Jesus fucking Christ, wir brauchen nicht noch mehr Shit wie das hier. Und noch ein kleiner Nachtrag, nur damit ich der Möglichkeit Genüge tue, es ist natürlich möglich, dass man sich als Spieler den Goblins anschließen kann und sie in ihrem Kampf für gleiche Rechte unterstützt. Aber weil das Game in der Vergangenheit spielt und weil die Goblins in den Harry Potter Romanen keine gleichen Rechte haben, gehe ich fest davon aus, dass man sich den Goblins nicht anschließen kann. Außerdem hat Harry Potter eine extrem vereinfachte Schwarz-Weiß-Moral und wenn Goblins böse, dann Goblins böse. Ich erwarte von Harry Potter absolut keine moralische Komplexität.